Es gibt für mich keinen schöneren Arbeitsplatz als die Schweizer Alpen. Als Trailbauer haben wir natürlich eine riesige Verantwortung für die Natur im hochalpinen Raum. Wir sind uns bewusst, dass der Trail in der Nähe eines UNESCO-Gebietes entsteht und dass es hier viele schützenswerte Sachen gibt. Petmerald, Wallis. Wir gehen eigentlich immer mit der Sonne los. Mit unseren Specialized LEWOS sind wir eigentlich immer innerhalb der Minuten auf der Baustelle dabei. Zuerst gehen wir uns dann immer einen Kaffee auf der Baustelle mit dieser wunderbaren Aussicht. Der Strom ist aber nicht primär für die Pausentänke, sondern für die Baumaschinen. Das Spezielle am Ganzen ist nämlich, dass wir für den Bau ausschliesslich Elektromaschinen von Wackerneussen verwenden. Der Umstieg auf elektrische Baumaschinen ist einfach. Es geht ein paar Stunden angewöhnlich. Und dann will man eigentlich gar nichts mehr anders. Bei so einer Kulisse ohne Lärm und Abgas zu arbeiten, macht richtig gute Laune. Unsere Mission ist in knapp drei Kilometer langen Trail, der sich durch den alpine Raum herabschlängelt. Wir machen das nicht nur der Natur zu lieb, sondern auch unseren Ohren und unseren Nasen. Für viele Arbeitsschritte ist Präzision gefragt. Aber auch Handarbeit ist ein grosser Bestandteil von unserem Job. Mein Name ist Roman Gadiant. Ich arbeite seit fünf Jahren als Trailbauer. Hallo, mein Name ist João Brentin. Ich komme aus dem Brasilien, um an drei Jahren zu arbeiten. Hallo, ich bin Emilien Schützkepel. Ich komme aus der Alpe d'Oise. Ich bin sehr glücklich hier. Diese Maschinen elektrischen sind wirklich silenziell. Es ist ein Spaß, hier zu sein. Hallo, mein Name ist Greg Jollef. Ich bin aus Schottland. Ich bin aus Schottland. Ich bin in Schwesterland in August in Deutschland. Ich bin in Schwesterland in dem August, um meine Passion als ein Trailbuilder zu suchen. So, wir haben jetzt den Trail. So, wir sind jetzt fertig. Let's go Biking! So, wir sind jetzt fertig. So, wir haben jetzt das Spiel. So, wir haben jetzt in Schwesterland. So, wir sind immer nochultural, dass wir es aber jetzt mit Schott angeben sind. So, wir sind heute in Schwesterland So, wir sind da ja auch schon einiges. Das Loyal bedeutet für uns. So, ich bin auf der Seite. So, ich bin jetzt mal. So, ich bin jetzt überall. So, ich bin jetzt mal. Woohoohoo! What? Yuh! Yuh! Vielen Dank.